Hallo, mein Name ist Markus Leitschak. Willkommen zu meinem Video Thumbnail. Sei kreativ und erhalte mehr Views. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Lass uns den nächsten Schritt angehen. Jetzt erstellen wir dein Thumbnail, das Vorschaubild. Wenn du nicht weißt, was das genau ist und warum du eins erstellen solltest, dann lies dir auf jeden Fall meinen Beitrag durch. In diesem Beitrag findest du grundlegende Sachen zum Thumbnail. Hier in diesem Video möchte ich darauf eingehen oder möchte dir halt ein paar Tipps mit an die Hand geben, die für dein Thumbnail sehr, sehr wichtig sind. Also wie Größe zum Beispiel, wo bekommst du Komponenten her und am Ende des Videos bekommst du noch einen Golden Nugget von mir, welches sehr wichtig für die Suchmaschinenoptimierung ist. Schaust dir also auf jeden Fall bis zum Ende an. Lass uns loslegen. Ja, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, die grundlegenden Sachen zum Thumbnail findest du alle unten in dem Blogbeitrag. In dem Blogbeitrag empfehle ich dir natürlich auch ein Tool, mit welches du letztlich natürlich dein Thumbnail erstellen kannst. Das ist Canvas. Ich habe es dir schon mal vorgestellt. Ich arbeite sehr gern damit, gerade wenn ich meine Thumbnails erstelle. Du solltest dir also das Tutorial auf jeden Fall nochmal ansehen und kannst dann quasi mit der Arbeit beginnen. So, kommen wir jetzt erstmal zum ersten Tipp zur Größe. Denn Thumbnail sollte immer 640x360 Pixel groß sein. Wenn du es zu groß machst oder eben letztlich zu klein, dann wird es so sein, dass YouTube sagt, dass es ein Fehler ist. Oder es kann natürlich sein, wenn es zu klein ist, dann wird es extrem in die, ja, wird es halt auf die Größe gesumt, sage ich jetzt mal. Und dann sieht es natürlich sehr hässlich aus, wenn es dann extrem verpixelt ist. Also, ich wiederhole nochmal. 640x360 Pixel. So groß sollte dein Thumbnail sein, zumindest die Vorlage, wenn du anfängst bei Canvas zu arbeiten. Du kannst bei Canvas, kannst du eine benutzerdefinierte Größe eingeben. Ich habe es dir gezeigt. Das siehst du auf jeden Fall auch im Tutorial. Stell also diese Größe ein und dann kannst du quasi auf der Folgeseite anfangen, dein Thumbnail zu gestalten. Kommen wir nun zu den Komponenten, die du für den Thumbnail gerne brauchst, gerne benötigst, gerne suchst. Ich empfehle dir hier auf jeden Fall, denn damit arbeite ich auch. Das ist pixabay.com. Auch den Link packe ich dir unten in die Beschreibung mit rein. Du findest auch den Link als Quellenangabe unten in meinem Blogbeitrag. Dort kannst du verschiedene Sachen eingeben. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen kleiner, dass du siehst, wie es ungefähr aussieht. Du kommst auf pixabay, gibst deinen Suchbegriff ein. Ich habe hier jetzt einfach mal Emojis eingegeben. Danach klickst du bei Bilder, klickst du drauf und gehst zum Beispiel auf Vektorgrafiken. Was sind Vektorgrafiken? Oder zumindest hier ist es halt letztlich so, dass die Vektorgrafiken so gemacht sind, dass sie keinen Hintergrund haben. Das heißt also, du kannst dir dein Emoji, wenn du mit diesem Emoji jetzt arbeiten willst, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, kannst du ihn runterladen und du hast keinen Hintergrund. Das heißt also, du siehst nur den Emoji und danach kannst du dann zum Beispiel wieder in die Suchmaske gehen, gibst zum Beispiel Hintergrund ein, kannst den Hintergrund noch eine Farbe geben, dass du sagst, okay, du willst zum Beispiel einen Hintergrund angezeigt bekommen, der orange ist, der schwarz ist, der schwarz-weiß ist. Je nachdem, wie und was du gerade erstellen möchtest, zumindest was für ein Thumbnail du gerade erstellen möchtest. Und dann kannst du dir quasi deinen Hintergrund aussuchen, kannst dann nachher bei Canvas die Komponenten, die du bei Pixabay gefunden hast, lädst du wieder hoch und kannst dann anfangen, dein Thumbnail zu gestalten. Das nächste, was jetzt, und jetzt kommen wir zu dem goldenen Nugget, das ist wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Wenn du dein Thumbnail erstellt hast und du arbeitest mit der Überschrift deines Videos in dem Thumbnail, dann ist alles soweit schon, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil bei Canvas ist es letztlich so, dass den Text, den du in das Bild letztlich einfügst, wird auch gleichzeitig oben als Dateiname übernommen. Das bedeutet also, wenn du die Datei runterlädst, dann hat die Datei den Namen deiner Überschrift. Warum ist das wichtig? In der Überschrift solltest du, so wie ich es dir schon erklärt habe, auf jeden Fall dein Keyword an die erste Stelle setzen. Zumindest so ziemlich weit vorne, wie es nur irgend geht. Und in dem Augenblick, wo du jetzt letztlich die Überschrift in deinem Thumbnail eingefügt hast, die Datei letztlich so benannt ist und die dann natürlich auch wieder bei YouTube hochlädst, ist dein Keyword im Thumbnail enthalten und somit natürlich auch ein weiterer Faktor für die Suchmaschinenoptimierung. Wenn du jetzt natürlich ohne Überschrift arbeitest oder ohne Text in deinem Thumbnail arbeitest, was ich dir auf keinen Fall empfehle, dann kannst du es natürlich so machen, dass du oben auf Dateiname klickst und dann kannst du dort den Dateinamen eingeben. Und auch hier würde ich auf jeden Fall das Keyword mit unterbringen. Und dann kannst du die Datei runterladen. Du kannst es aber auch so machen, wenn du gar keinen Text eingibst, dann lädst du die Datei runter. Und bevor du die Datei hochlädst, dann benennst du die Datei und gibst dort letztlich entweder die Überschrift mit ein oder natürlich deine Keywords. Aber aufgepasst, tu dir selbst einen Gefallen und fabriziere hier kein Keyword-Spam. Also packe nicht alle deine Keywords als Dateinamen hin, denn letztlich ist es so, Google, nicht Google, sondern YouTube, ist letztlich auch eine Suchmaschine und hat auch einen bestimmten Algorithmus. Wenn YouTube letztlich feststellt, dass du da einen Keyword-Spam betreibst, dann wird dein Video oder du letztlich abgestraft, bedeutet also du wirst nach unten durchgereicht. So wie ich es dir letztens in dem letzten Beitrag und auch in dem letzten Video erklärt habe. Es ist also extrem wichtig, dass du keinen Keyword-Spam betreibst. Um das Ganze jetzt hier nochmal zusammenzufassen. Bei der Größe, achte bitte drauf, 640 x 360 Pixel. Dann, um letztlich natürlich ein Stück weit kostenlos zu arbeiten, arbeite mit Pixabay, such dir deine Komponenten zusammen wie Hintergründe. Du kannst alles Mögliche dort eingeben. Es sind 1,4 Millionen derzeit. 1,4 Millionen Bilder dort enthalten. Sie sind zu 99,5 Prozent kommerziell und frei nutzbar. Es gibt einige Bilder, wo du einen Nachweis führen musst. Das ist dann aber auf der rechten Seite über dem Button Download, siehst du dann, ob du einen Nachweis führen musst oder eben letztlich nicht. Aber dennoch ist Pixabay zu 99,5 Prozent kostenlos. Das heißt also, die Komponenten kannst du dir da zusammensuchen. Dein Hintergrund, du kannst auch einfach ganze Bilder nehmen, dann mit Schrift versehen bei Canvas und dann das Ganze einfach runterladen. Und dann natürlich nachher, wenn du dein Video hochlädst und auch das Thumbnail dann letztlich mit hochladen. Und wie gesagt, ganz wichtig für die Suchmaschinenoptimierung, bezeichne dein Thumbnail bitte mit der Überschrift deines Videos, wo letztlich natürlich auch dein Keyword enthalten ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weit helfen. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen. Wenn sie dir gefallen haben, wenn ich dir geholfen habe, lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Vielleicht hast du andere Programme, vielleicht hast du andere Ideen, wie man letztlich mit dem Thumbnail arbeiten kann oder was man bei dem Thumbnail beachten muss. Dann lass dich unten in die Kommentare aus. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen. Ja, wenn du kein Video mehr verpassen willst, wenn du kein Video mehr in der Serie verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag. Ich wünsche dir immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, ich bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Thumbnail. Sei kreativ und erhalte mehr Views. Das war mein Video. Das war mein Video. Das war mein Video. Vielen Dank.